Zum ersten Mal haben saudi-arabische Frauen ein Männer-Fußballspiel besucht. Zuvor hatte die Sportbehörde des Königreichs mitgeteilt, dass vorerst in drei Stadien jetzt Familienbesuche möglich seien. Zur neuen Saison sollen weitere Stadien folgen. Der Auftakt fand im König-Abdullah-Stadion von Jeddah statt. Die Heimmannschaft Al-Akhli spielte gegen Al-Batin. Die Mädchen und Jungs kommen immer raus und weg vom Internet, lobt sie. Es ist doch besser, dass sie mal etwas Luft schnappen und unter Leute kommen. Dass Frauen zum Männerfußball dürfen, ist eine der Lockerungen der letzten Zeit im streng islamischen und konservativen Saudi-Arabien. So dürfen saudische Frauen ab dem Sommer auch eigenständig Auto fahren. Vielen Dank. Vielen Dank.